Hey Leute, willkommen zum nächsten Part. So, wir müssen jetzt noch den anderen Panelbruder töten. Ach, keine Ahnung, ihr wisst schon, was ich meine. Äh, hier bin ich falsch, oder? Bin ich hier falsch? Bin ich hier richtig? Ich weiß es nicht. Ähm. Und noch irgendwas? Ne. Da ist noch was, aber... Dann gehen wir erstmal da hoch. Würde ich sagen. So. Wir können ein bisschen andere Mietgebrüder hier. Hier noch irgendwo was? Wir können den anderen umlegen, ne? Vor allem der eine ist in so einem schönen. Wer ist da denn? Wer bist du? Warum trägst du ne Maske? Lol. Korbo, du bist es! Du trägst ne Maske, um herumzuschleichen, richtig? Richtig. Sie, sie sagten mir, du wärst geköpft im Gefängnis. Tot, wie Mutter. Das scheint so lange her zu sein. Aber du bist nicht tot. Wir können gehen. Ich bin zweimal fast entkommen. Es gibt eine bestimmte Tür. Für bestimmte Leute. Ich zeig sie dir. Und wenn uns jemand aufhalten will, kämpfst du mit uns. Okay. Bestimmte Tür. Warte mal. Oh, weiter runter, okay. Sie ist verschlossen. Prudence, die alte Schabracke. Sie hat mich auf der Flucht geschnappt. Sie hat den Schlüssel immer bei sich. Finde den Schlüssel, dann gehen wir. Okay. Was haben Sie gesehen? Was gibt es? Ich finde dich. Oh, sick. Du kriegst keine Hilfe. Nicht von mir. So, jetzt gehen wir mal weiter. Wie grattet Emily? Gut. So, was ist unser Ziel jetzt? Was wir noch machen müssen? Limitieren die Pendeltons. Wo ist der andere? Im Rauchsalon im Obergeschoss. Rauchsalon. Rauchsalon. Da oben. Da holen wir uns ihn mal, ne? Wo kommen wir denn ein bisschen hin? Wir kommen in den Rauchsalon rein. Die Frage. Ah, hier. Du sagst, dass ich mich verstecken will, mein Lieber. Wir müssen uns alles nicht mehr so tot, ne? Mein Lieber. Ich weiß nicht. So eine Art Maske, sagt er hier. Wird er nicht so gut erkennen. Zu mir. Seid wachsam. Wir müssen zurückkommen. Lass sie durch. Ort rein, Leute. Wir sind hier. Feuer. Was machst du hier? Ich bin ein Pendleton. Und? Wir sind ein bisschen toter Pendleton. Wunderlich nicht. Aus der Flucht. Feuer. Feuer. Oh, fuck. Schade. Sorry. Muss ich jetzt nochmal töten? Ja. Ich weiß ja jetzt, wie das geht. Ähm, ja. Also, wir haben keine Träger mehr. Das wissen wir jetzt schon mal. Ich weiß nicht, so eine Art Maske. Oh, nein. Was war das? So hilft mir doch jemand. Das war nicht meine Absicht. Ich weiß nicht, so eine Art Maske. Ich bin ein Pendleton. Und weiter. Okay. Das habe ich auch. Nö, heute nicht! Sorry! So, dann hätten wir die Pendleton auch mal erledigt, ne? Schon mal ein bisschen was erreicht hier. Kleine Vögelchen, ich habe Futter für euch! Mimimi! Dann kommen wir jetzt auch da rein. Ja... Sonst können wir jetzt auch noch gehen. Ähm... Das ist einfach gar nichts. Das ist einfach nichts. Ah, ok. Der hat da ist... Große Wohnung. Äh... Ist da irgendwo ein Tresor oder nicht? Oh, was ist denn? Ohhhh... Shit! Haut rein Leute! Hab ich keinen Bock drauf. Hab ich keinen Bock drauf. Die werden mich so zerfleischen. So, gehen wir jetzt zusammen oder irgendwie? Auf, fängel ihn! Biss! Fängel ihn! Fängel ihn! was? Hörst du wirklich erst weg? Hier ist der! Da bist du ja! Wachen! Zu mir! Jetzt weh ich konnte. Wir können ihn verlieren! Du wirst bluten... Ich höre dich, Mistkerl. Da bist du ja. Achtung, Bürger von Damborg. Gott, Alter. Das tut man lange machen, bis sie alle tot sind. Na gut. Ja, bin ich. Nö. Okay. So. Sie haben Ihre Angelegenheit erledigt, Corvo? Ja. Es steht mir nicht zu, darüber zu urteilen. Doch wenn jemand sein Schicksal verdient hat, dann waren es diese Pendentons. Von welcher Angelegenheit sprechen Sie? Oh, ich... Angelegenheiten für Erwachsene, mein Kind. Ich meine, eure Hoheit. Vergebt mir. Kein Problem. Ich habe in der Golden Cat von Erwachsenendingen gehört. Oh. Ich sollte mich darauf konzentrieren, dieses Boot zu steuern. Ich habe in der Golden Cat von Erwachsenen gehabt. Aber ich habe in der Golden Cat von Erwachsenen gehört. Ich bin Kalista. Ich bin Kalista. Oh, ich binaine. Ich bin Kalista. Ich werde für Sie sorgen, solange Sie bei uns sind. Ich bin Kalista. Ja, gerne. Sie werden es sehen. So wie den ganzen Houndpitz-Pop. Gut. Ich glaub, hier gefällt's mir. Ich geh mit Kalista, Corvo. Alles klar. Wir sehen uns später. Sie beeindrucken mich immer wieder aufs Neue. Nur mit einer Klinge bewaffnet haben sie den Lauf der Stadt für immer geändert. Und nach dem Ende der Zwillinge wird Lord Pendleton für sie im Parlament abstimmen. In einer Nacht haben sie mehr getan, als die meisten Männer in ihrem ganzen Leben. Ich muss noch etwas mit ihnen besprechen. Doch zuerst bittet Lord Pendleton um eine Unterredung. Okay. Gut. Dann geh ich mal kurz zu Lord Pendleton. Wo wir dann auch mit der Folge hier fertig sind. Die Verschwörung der Kaisertreuen bleibt für ihre Arbeit. Das sieht genauso aus wie die anderen Brüder da. Ich weiß nicht, ob ich es kann. Meine Brüder. Wir glaubten nie, dass sie der Mörder der Kaiserin sind. Wir wussten, es ergab viel mehr Sinn, dass der jetzige Lord Regent hinter dieser Sache steckte. Unterstützt von einigen seiner Vertrauten. Wir haben viel Geld investiert und uns in Gefahr begeben, um sie aus dem Gefängnis zu befreien. Aber wir taten es, weil wir glauben, dass sie es sind, der die Wende bringen kann. Ach, und Halflock sucht nach ihnen. Okay. Gut, dann machen wir nochmal kurz zu Halflock. Weil, solange wir nur reden müssen, ist ja alles zu chillig. Ich mag dieses Piliporten irgendwie voll gerne. In Ordnung, mein Freund. Martin hat unsere nächste Aktion geplant. Eine Fußnote in Campels Tagebuch besagt, dass die Geliebte des Lord Regenten Modell saß für Sokolov. Maler und kaiserlicher Arzt. Er wird uns ihren Namen verraten. Sokolov verbringt die Hälfte seiner Zeit auf der Caldwin-Brücke über dem Fluss. Allerdings müssen sie sofort aufbrechen, denn noch ist Sokolov in seiner Wohnung auf der Brücke. Samuel kann sie dicht an die Brücke bringen, aber sie müssen Sokolov allein finden. Bringen sie ihn lebend hierher, denn ermöglicht er uns unseren nächsten Schritt. Ich kann kaum glauben, was sie schon geleistet haben. Die Flucht aus Caldredge, das Ende des Oberaufsehers, Emilys Rettung. Sie erfüllen diesen alten Offizier mit Stolz. Sehr gerne. Das ist alles. Okay, gut. Dann würde ich sagen, machen wir hier mal einen Cut, Leute. Und dann sehen wir uns beim nächsten Part. Haut rein. Ciao. What will we do with the drunken wailer? What will we do with the drunken wailer? What will we do with the drunken wailer? Early in the morning Wait, now she rises Wait, now she rises Wait, now she rises Early in the morning She BUILT Is Can희 Be